Hier haben wir das Triana, geht über 1, 2, 3, Schatzkittes drüber, hier unten ist die Bühne, super gut, hier kann man sich schön reinlegen und einfach die Seele baumeln lassen und einfach nur das Wasser anschauen, hier schwimmt ein Seedach, das stimmt sehr, sehr gut, hier neben dann ist direkt die Sushi-Bar. Vielen Dank.